Wir sind Sett im Prim, ein Jazz-Trio, Frank Hemmler am Schlagzeug, Stefan Scheitner am Bass, Thomas Pracht. Wir freuen uns auf das Konzert hier im Sinnbild in Ladenburg. Wir sind das erste Mal hier, genießen diesen wunderschönen Raum und hoffen, dass es nachher auch wunderschön klingt. Genau, das ist die wunderschöne Inspiration von dem Raum. Wir sind in Töne und in Töne und in Töne und in Töne und in Töne. Musik 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 Musik